Ja, Servus miteinander! Hier ist der VOXLUB! Und wir sind gerade hier im wunderschönen Garmisch-Partenkirchen beim Fernsehgarten on Tour. Und wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Es ist nämlich wunderschön! Ja, und uns bleibt nur noch, euch eine wunderschöne Weihnacht zu wünschen. Ja, und ein kurz neues Jahr! Da sagen wir kurz euch Servus!